Der Hund hat hier Lärm gemacht. Die Haltungsbedingungen, die sie nun halten, sich verlinkt. Unser Problem war, Tür wurde geöffnet durch den Schlüsseldienst. Als nächstes kriegen wir die Post von uns und eine Anzeige schreiben wir an den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Haltungsbedingungen, die sie nun halten, sich verlinkt. Die Haltungsbedingungen, die sie nun halten, sich verlinkt.